Hände gekappt und jubeler Töne! Unsere Ehre und Erstaaten von Birkenhof, den ehesten aller Ritter unserer Scheierwagen mit einem ritterlichen Gefolge in den Furträurein, rettet den Führerigen den Führernatz. So wie es jetzt war, vor sechs, sieben, achthundert Jahren, soll es auch heute wieder. Und Gott sei Dank noch mal ein bisschen in den Schattenwetter, als die Frau von der Baselie, im Land der Sarazen und der Eisbembrechung. Juhu! Juhu! Unsere liebheizende Frissina Ritten, der mit dabei auch für Sie Hände gekappt, Hand gekappt und natürlich Volk. Michael von Krollenberg, der schwarze Ritter von der Nachbarkur Krollenberg, ebenfalls hier mit dabei auf dem Töneiplatz. Juhu! Und das Nächster, Bernherr von Pardoi, der blaue Pflicht von Pardoi! Anholen Sie die Rufe, ich bin zwar vor vielen Jahrhunderten, soll es es heute wieder mit diesem tollen Mittelalterfest, drei Tage Mittelalter hier auf... Jetzt geht's los mit dem Geschichtheitsbewehr. Eins, zwei, Zwei, und drei, die braunen Mittelalter! Jawohl! Die Wolterstadt kommt hier auf! Ein wackerer Streiter bei der Krollenberg, der will mein Volk auch einreiten in den Töneiplatz. Und wird auch gerne die Rüge erscheinen können! Zwei, und drei, ein Gnubel, natürlich Gnubel! Gut gemacht, unsere dritte Seite in den Hochkorn. Nach Verbetnung, aufgewasst Volk! Mit keinem Paum zu meinen Geräten, Aufgewasst Volk! Und keinen Karin zum Eingränd." Aber nichts passiert! Hei! Hoi, Naubverbetnung, aufgewasst Volk! Mit keinem beim inzummeiningerät, aber nichts passiert. Und schockt's los mit dem Nächster! Und Eberharder Schrag von Birkenhof zu Riegersburg. Sehr harter Boden hier auf dem Finalplatz. Und drei Punkte, gut gemacht, fünf Punkte insgesamt. Eberharder Schrag von Birkenhof. Gut gemacht. Herr Eberhard, Herr Ietsch, weiter. Um den Birken den Garten auszugeben. Eins, zwei. Und am Ruhig schaut euch das Allersachtende an. Und auch er kostet euch dieses Teufelsvolk. Wir haben Essen aus dem Ur. Gut gemacht, Frau Sock, dieses Teufelsvolk. Es ist normalerweise möglich. Aller mit der Vögel und dem Teil. Herr Bernd, Herr, wie könnt ihr es wahr? Wie schickt ihr dieses Teufelsvolk auf? Ein Schweißplatten ist keine Ocke. Ein Drittel ist nur Schweißplatten, Völkte stürzen und so weiter. Aber wer eine Kurke erwerben möchte, fügt oder verschüttet ist, wird uns so gut. Und alle, ihr schreibt euch das an! Ein Teufelskerl, der Wüthel von Wallenberg. Und er macht von einer Küche, er ist nicht schattlos, das ganz, ganz toll hier diesen Bewerb gemeistert hat. Und einmal werden sie noch den schreidischen Gurkendenker auswacken und mit einem Prinz Richtenstein. Er verzichtet aber mit allen Namen und er macht meine Kurküden. Der Evald ist auch der Herr Winslichtgestein und seine Kurküste abwacken worden in der Kühe. Bernd, Herr von Alderwey! Herr Klappverfänger! Er steigende Schettel führt das engte Ritter zu Niedersburg! Und Gottena! Jawohl! Aber das Gute, an die schöne Sicht basiert. Herr Sichtrecht! Lass ihn aber... Der Kopf, die Ritter sollen in einer Luterschiss mit den Schweren... Und natürlich nur noch mal ein Jubel von unser dritter Eberhard, den schwarz-roten Ritter zu Riegersburg. Ganz ganz tolle Vorführung und jetzt ist ab Rieger so heiß für alle Zuschauer. Die sehr sehr zahlreichend hier auf die Riegersburg gekommen sind drei Tage fest hier. Und da kommt schon nach dem Herrn Herr von Baldäu. Und unsere Kühe ist verfehlt. Hätte es nicht besser gedüngt, dann wäre es nicht größer und wir könnten ihn weiter treffen natürlich. Und auch Michael von Baldäu. Schaut euch das an! Ein André auf der Rieger, was heute geht zur Wittschweinjagd. Ab Verfehlt, trotzdem. Du seht die Rieger auf der Säte-Wittschwein von Riegersburg. Ein erblondetes Wittschwein. Wir sehen können auch ein bisschen, wie er eigentlich ist es schon geworden, so gut gemäßt. Und Ewald, der Schwach vom Wirkenhof, ein gefürchteter Wisserer, mit dem Prinzen-Wittschwein-Schein-Wittschwein, der macht die Jacht. Und er wird noch besuchen, dass Wittschwein zerreben. Ja, jetzt wisst ihr, dass die Wittschwein noch nicht ausgestorben sind in Riegersburg. Und eben zwei gebrüchern scharfen Gehege beim Prinzen-Wittschwein. Aber es geht doch noch ein Ende. Der Ewald als Gierfreund. Das geht auch die Zuschauer und die vier großen Freunde natürlich. Und gern her von Pardau, eh! Die freuen der Leute natürlich. Und guck ihr euch! Schaut euch das an! Wer kriegt das Wittschwein? Jetzt wisst ihr, wenn uns in Pardau keine Wittschweine mehr gibt. Und das letzte Wittschwein von Pardau ist erledigt worden. Und jetzt schauen wir uns den Wittschwein von Pardau. Und wir schauen, wie es den Wittschwein von Pardau geht. Und auch den Kranken von Pardau und die Wittschwein. Der Wittschwein von Pardau ist ein Wittschwein. Hervorragend! Der Wittschwein von Pardau. Im Zweifelskreis dieser Wittschwein von Pardau. Vize-Europameister im Re95 gewesen. Nur ein EKEid riften! Bus 완! Und Promessor dank klingt! Dieser Ritter Ewa! Er ist ein Linkshänder, der muss über die Quellen erüberziehen! Über sein Pferd und trotzdem hat es Meisterodus gesagt! Und aufgeht meistens sind próstig seine Sägemodelle! Auf geht es, unsere Ritersleute heute, die Gang... dough zu catchen Жinvest herab! Ritter Ewald hat den Roland gestreifelt, aber da gut steht ein dritter Werndherr, der einen Voltebber hier eben gehandelt hat, sozusagen, und so mit dritter Werndherr, sein Scheiß, unser Schiedsmann. Und wieder jetzt weiter gut gemacht, dritter Ewald hat ausgeglichen, ein Jungen und hättige Katertöne. Es ist jetzt wirklich erst hier die Spannung auf dem Verhöhepunkt. Eine ganz, ganz schwierige Übung. Nicht die Füße rein, Herr Schmidt. Aber wer wird das Erste ins Geras des Durell-Arztes beißen, die Pferde-Apple küssen, wer wird das Erste vom Pferd verhalten? Und wird der Papierer sein, Herr Ehrerl, werdet ihr sein? Ich wollte es sagen, euch können die Pferde-Apple-Fact-Assistin bringen. Toll! Ja, wir haben das 20. Digg, wir haben schon überschritten, die Herrgarten, aber wir sind auch Topfit. Und aus der Kompeten einer Kompeten-Fall jetzt, Topfit ist eine Entscheidung mit allen. Die Spannung hier auf dem Verhöhepunkt. Bei viel Kreuzzüge haben sie miteinander gebrochen. Und jetzt, Herr Bernhard, der Fäder vom Pferd. Hoi, 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 hoi. Jetzt schauen wir, ob er ihn gefordert hat, ob hier wohl kein Blut geflossen ist auf dem Tunnel-Pferd. Schaut euch das mal an. Er lebt doch kein Schmachetur. Jetzt brauchen wir eine Folge weiter, eine Prinzessin, der kommt rein. Der kommt rein, Prinzessin, die wünscht unseren Ritter-Wachküssen wieder. Ja, so muss wohl die Mahnung nicht gehen. Ah, da kommt schon eine liebreizende Prinzessin. Ein junger und händiger Körper. Seine Alte zu erlangen. Die 13. dienstschwürdige Anna hat nun die Arbeit unserer Ritter wieder zum Leben zu wecken. Wird es jetzt fragen, ihnen einen Kuss zu geben. Wird natürlich auch die Anten nach ritterlicher Manier. Und so die Anten nach ritterlicher Manier. Wir können noch weiter kämpfen. Ganz ganz voll hinten die Kappa von der Anten. Der Vorherstel, das weiß hier. Und schau, der Litter Ewald, was hat er da in der Hand? Der Vorgestern, eine gekrückte E-Waffe. Herr, wir werden dann nicht. Ich bin achtbar, dieser Dürrlich-Waffe hier. Eure, jaja, jaja. Vorlesen und Wunken gab es längst genug hier auf dem Treibplatz. Und auf heute wird es hier gesperrt. Schaut euch das an. Ja, doch keine Entscheidung mit allen. Erfolgt alle Katzen mit, alle Katzen und den Zittag noch einmal. Auf den Gesichtsausgruppen, der Herr Bernherr, anstrahlend, sehr groß jetzt. Herr Ewald hat ja alle Dierung verloren. Er braucht eine Karte von der Burg. Ah, jetzt hat er gefunden. Es soll gegen Herrn Ewald kämpfen und gegen Herrn Strachlos. Ah, jetzt hat den Papier noch keine Entscheidung gefallen. Der Morgenstern ist gefallen und wird unser Ritter Ewald von seinem Modulus heruntersteigen. Jawohl, er steigt uns herunter und es kommt zur große Entscheidung. Mit Kreuzüge haben sie gemeinsam gebrochen. Bei drei war ich dabei. Ein Buschenschack Paula, ein Buschenschack Bernhard. Und auch beim Burkabee habe ich die Kreuzüge gehört. Ich war an der Maschine, das kann ich auch sagen. Unten ist die Chefin, die wird ihn, die kann es uns bezeugen. Wer wird gewinnen? Wer hält so mit der Ewald? Schaut euch das an, diesen Pöbel hier. Er zeigt sein nacktes Hinterteil hier sogar her. Er bedenkt nicht die Augenreichs-Personen. Hier. Und er ist ganz konzentriert. Schaut euch das an. Was? Der hat schon eine Lockheilung geküftet. Ja, da steigt man drauf auf sein Hinterteil. Was macht denn nichts aus? Ja, aber interessant. Was ist denn los? Er hat immer gewartet, da oben auch zu knüpfen. Und deshalb können wir die Juden über diesen Gegnern weg in den Augen. Schaut euch das an. Ohne Kurf und Adelserien über die Grenze über den Zaun. Und hängt ihr eben den Wernherr von Paltabe. Und jetzt verschont ihn doch, sonst brauchen wir noch einmal die Prinzessin hier drinnen. Hey, Gott sei Dank hab ich eine Stunde gingen hier. Da kann nichts passieren. Und jetzt nehmen wir es auch mit dem Ritter Ewald auf. Wie heißt dieser Ewald Mann überhaupt, Herr Mario? Der Ritter Elias, ein Dachfahrer richtig hier. Und ein Jumel natürlich, Jumel! Das spätische Kopf, ich schaue euch das an. Wir haben uns das ritterrichtige Folge. Wo ist das ritterrichtige Folge? Wir haben uns das ritterrichtige Folge hier. Und auch unsere Echsen sind da mit dabei. Ein sehr guter Kämpfer ist Edgar Ritter. Ist hier erschienen. Wer hat kein Feli? Ja. Edgar, der Schutz von Bergheim von Riedersburg, auch der ist mit dabei. Auch euch das ist ein Schwerstkampion, auch ganz richtig zur Sackle. Und auch der Christian von Heidelberg, der hier wurde, sei hergekommen und für neue Geister wählen. Wir kämpfen alle Samt hier oben. Können Sie entscheiden noch geballen? Hey, Josef! Hey, da sind Sie nicht hinter dir! Und auch meine niederliche Weizperson hat dich eingefunden, eine Hexe! Herr Edgar, hält Sie den Herrn Bernherr wegen die Hexe! Sie haben die Hände, und die Weizperson gleich in den ZeugYA! Nun, da ist es ein Schwerstkampion. Ich habe ein bisschen geballt, das Hinterteil. Die Hexe! Dann sehen Sie uns bei dem die Hexe und der Seigneur vonse membrennen! Unsere Hexe aus der Rheinropa-Pandburg! MC West wird in den Kepfer hinein! Ha! 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 Hält sie fest, zu dritt möchtet sie sich aufwendigen, was einige waren wieder den Kapolen der Ritter seid. Hält sie noch fest und übergeht sie der Burk-Inquisition. Zu dritt werdet ihr sich aufwendigen mögen, ihr E-Leute und Ritter. Ich bin der Herr oder ich bin der Opa-Teich. Ja, Volk von Riesburg, so töten wir noch mal ein fremdiger Jubel und händige Kappan-Jubel und händige Kappan-Jubel. Und ich darf nur alle Ritter, vor allem die Ritter zum Pferd und zum Fuß hierher, auf den können wir etwas bitten, damit ich sie den Vortrag vorstelle. Und das 30 mal, seit aller Zeit wieder mit dabei ist und jetzt unsere Lieberreiz série Anika. Jubel. Ecker, der Schütz von Bergein, Jube Unser Leitersmann, Frau Bernherr von Waldau, Jube Von einer schönen Burg in Sitten, da sind auch Jube Wer sie brauchen kann, kann sie mieten, er geht ein Bier dazu Und eines ist sogar gekommen aus dem heiligen Land in Tirol, Christian Jube Und händige Kampus Jube von direkt hier geht, Jube Unser schwarzer Dritter von Quolenberg, Michael von Quolenberg, Jube Von der nächsten versuchenden Burg, Herr Gäckfeiser, Stefan in Rosenthal Siegfried der Herr Gäcker, Jube Und unsere dappere Reiterin, Jube der Töne und Händige Kappa, unsere Christina Jube Und hier unten, unsere Regina, als böse Hexe, wieder mit dabei, Jube und Händige Kappa Mit die 13. Gemahle in unserer Burg, Helden und das ehemalige Schwerken von Jätenhof, Rot von Riesburg, Jube Unser Film war nicht zu vergessen mit dem blauen Regenschirm Der Ede, der Gestrenge, der Unvergleichige, der Tappere, der Wunderschöne Ewald, der Schwerken von Jube Und nicht zuletzt, unsere grösliche Kappa der gesamten Steiermark, Günther Zumeier Ober Jube So, folk Aber dass die Färchens ist die Populare der Rieders und Riege Sprö Sagt, Hörne und Hörberg Und ab und ab und ab und ab und ab und ab Vielen Dank.